Luft zum Atmen, Luft zum kreativ sein. Um 22 Uhr kannst du, wenn du Bock hast, das Startzeug rausholen und hier trommeln und den Verstärker anmachen. Da sind emeritierte Professoren dabei, da sind junge Leute dabei, da kommen direkt aus der Musical-Szene Prozenten zu uns. Du entdeckst da Seiten in dir, die gut vergraben sind manchmal und das macht natürlich Spaß, dir rauszukitzeln. Und Freiheit, das ist ein ganz großes Wort, was wir hier leben dürfen. Der größte Spaß war auf die Bühne zu gehen, fröhlich zu scheitern und irgendwie langsam zu begreifen, dass ja Schauspieler nicht das Kopieren von etwas ist. Sie haben etwas verstanden und sie sind frei im Spielen und drücken aus und du bist begeistert, du erfährst plötzlich eine Situation, eine Figur und du kannst einfach da sitzen und genießen. Das ist so, was ich sage, jetzt haben wir unsere Arbeit getan. Geht raus und fliegt mal schön.